Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier so erwartet. So, ich brauch jetzt erstmal was zu trinken. Bist du Azubi? Hab ich mir schon gedacht. Schnelle Auffassungsgabel, selbstständiges Arbeiten. Flaschen öffnet man mit dem Flaschenöffner. Und schwere Türen öffnet man mit dem kleinen Finger. Abracadabra, Sesam öffne dich. Easy-Lösungen für schwere Probleme. Andersrum wäre blöd. Na, so tiefenentspannt wie die zwei möchte ich auch mal sein. Ganz schön dicke Luft hier bei euch. Wollen wir mal schauen, ob mein mighty kleiner Finger hier Abhilfe schaffen kann. Raumklima? Smart am Start. Und das hier sieht nach Arbeit aus. Das sieht nach intrinsischer Motivation auf Höchststufe aus. Suchst du das hier? Oh, danke. Mein lieber Scholli, das nenne ich mal Identifikation mit der Aufgabe. Hier wird gerade gemeinsam an einer Problemlösung gearbeitet. Gute Laune überall? Da kann die Lösung ja nicht weit sein. Himmel, Herrgott. Das Montagezentrum. Super clean, super fresh. Hier macht sich keiner die Finger schmutzig. Ob in Siegen, in Fellbad oder in Hermeskeil. Traumraumklima draußen wie drin. Das soll ich sagen, ein cooler Ausbildungsbetrieb. Das soll ich sagen,